Die Kinder der Weintraunklasse haben sich viele Wünsche für die neue Schule ausgedacht. Wir haben sie alle aufgeschrieben und wollen ein paar davon vorlesen. Danach sollen die Wünsche in den Himmel fliegen und in Erfüllung. Ich wünsche mir für die neue Schule ein Spargebend. Ben, ich wünsche mir für die neue Schule einen See Simon. Ich wünsche mir ein Massagensessen. Luis wünscht sich ein Massagensessen. Das fängt dann doch eher nach Dysiotherapie an. Ich wünsche, dass wir alle viel Freude zusammen werden. Okay, dann können wir ja zum Start übergehen. Wir haben drei Wünsche gehört. Also, wir starten unser Bauprojekt. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Start! 10, 5, 3, 1, Start! 10, 8, 5, 5, 3, 2, 1, End. 10, 8, 6, 5, 5, 5, 6, 1, End. 10, 10, 11, 13, 20, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 19, 20, 20, 21, 20, 20, 20, 20. Vielen Dank.